Holger wird am Sonntag 32. heute gratulierend erzählen zu Stefan, Heiko und Oralte, Fummi, Steffi und Christian. Kommt noch auf die ersten Hochzeitszeit nach Hamburg und wenn man dann an die Fremden von Bayernsberg ist, zieht sich ein Besuch am Wildertor natürlich an. Ja, dann wird Klaus und es ist am Anfang der Saison so üblich verendet, wenn wir des Vereins Werden abschrieben. Laut unserer Website trägt er eine ungewöhnliche Nummer, eigentlich keine Nummer, sondern 2. Stahl, M-M. Und das steht für mich der nächste. 2004 kam er in 15 Tagen als Beratoren, regional egal, Rettlerzeit nach drohender Insolvenz. Michael hat maßgeblich den Konsolidierungsprozess gestaltet. Er war nach hinten und fallen, auch nach außen, ein stets vertraut für die ganze Genüse-Siegelsenthand unseres Vereins. Selbst mit Zahlenkunden konnte er als Prügeriter der Tour dekan Menschen für seinen FC St. Pauli beweist werden. Heute findet dieses Spiel im fertigen Miniaturstadion statt. Ein Höhepunkt, Michael ist der Wortgeschichte. Ich habe fertig, aber ich darf nur sagen, da fängt etwas Neues an. Als Vorstand, Marketing, Verwaltung und Finanzen geht ihr an zum ESC. Nun, nein, ob euch einfach alles kann, nur noch zu tränken. Da Michael eine Verabschiedung von Großakonisten nicht mag, steht er jetzt nicht auf den Platz. Aber unseren großen Dank und eure Zustimmung, wenn ihr da irgendwo hier im Stadion würdet. Danke, mit der Hände. Sechs Jahre stürte Erdenpuffer für unser Verein und lief 1,41 Mal in blau und weiß, als Abwehrspieler auf das Spielfeld. Gleich in der ersten Saison durfte er eine legendäre Party auf dem Ries feiern. Eine Aufschluss-Parte. Auf dem Glas zeichnete er sich durch seine Zuverlässigkeit aus und hat sich auch modernisiert in die Geschichtsbücher des FC St. Pauli eintragen. Abseits des Spiels war als Rückblick des Mannschaftslandes immer ansprechbar für seine Kollegen und für jeden Spaß zu machen. Im Steineflitschen am Strand und im Basketballspielen im Trainingslanger wurde er von seinem Mitstreiter als unschlagbar eingestimmt. In seiner Abwehrzeit sind viele Regenweisen und Dinge geschehen. Es wurde geheiratet, der Suche wurde geboren und ein Fernstudium begonnen. Wir wünschen ihr und den weiteren Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg. In unseren Herzen hast du ein Lebenswerk dabei. Applaus 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 Das war's, das war's, das war's. Und wiederum erinnert, wie wir mit der Entspielung haben und einen Blick auf Begegnung und Erwägungssaison. Gestern gab es ein aktualer Fahrstatt für die Wettbewerb von Frankfurt 1 zu 5, Heidelheim gegen Düsseldorf 1 zu 0, SP-Fahrer-Bau-Untertitelsender zu werden ist 4.30 Uhr 0 zu 6, gestern betrennt sich Eintracht-Bundschwein 4.30 Uhr 0 zu 5 und SC-Teilunterdachung von Roger Bofo Reis zu greifen. Vorallem Altschieffin nimmt den zweiten licensed Start- und Luggerin gegen Katre Sauffor und SV Newsput gegen DSC Amina Rillefeld. Den Spieltag finalisiert die Wettbewerb des FC Lugger gegen DSM17 in München. Juhu, hier eine Vertrauenshaltensionales Stadion, diesmal ein Grün-Weißer-Hartner. Wir begrüßen uns am Herzen der Diefen, der Kreuzentürk und für den Lebensschaden, den mit euren Hunden Klima-Türk. Untertitelung des ZDF, 2020